Willkommen zu meinem Review Video über die Beko BPR Urkna XBN Freistehende Kühl-Befrier-Kombination. In diesem Video werde ich dir alle wichtigen Informationen über dieses Produkt geben, damit du eine fundierte Entscheidung treffen kannst. Außerdem werde ich dir zeigen, warum dieses Produkt eine gute Investition ist und wie du davon profitieren kannst. Lass uns direkt mit den Merkmalen und Funktionen beginnen. Die Kna XBN bietet einen Gesamtnutzinhalt von Litern, was ausreichend Platz für deine Lebensmittel bietet. Das zeitlose Design im Edelstahl-Look passt perfekt in jede Küche. Ein besonderes Highlight ist die Grazi-Zone, in der Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch ihre Vitamine, Aromen und Frische doppelt so lange behalten wie in einem herkömmlichen Kühlschrank. Ein weiteres großartiges Feature ist Smooth Fit, das dafür sorgt, dass die Tür im geöffneten Zustand nicht unvorteilhaft an der Seite übersteht. Dadurch integriert sich die Kühl-Gefrier-Kombination optimal in deine Küchenzeile. Die Maße betragen X, XCM und das Gewicht liegt bei KG. Jetzt kommen wir zu den Bewertungen von zufriedenen Nutzern. Sandra Lemke gibt dem Produkt eine Sternebewertung und lobt die Warnfunktion, die ertönt, wenn die Tür zu lange geöffnet ist. Allerdings wünscht sie sich eine ähnliche Funktion für den Gefrierschrank. Olli Stan gibt eine Sternebewertung und bemängelt den Geräuschpegel des Kühlschranks. Er empfiehlt das Produkt daher nicht für kleine Wohnungen. Dietrich Peter vergibt Sterne und erwähnt Schwierigkeiten beim Wechseln des Türanschlags. Säder Eiteking gibt eine Sternebewertung, da der alte Kühlschrank nicht wie gewünscht mitgenommen wurde. Baham gibt ebenfalls Sterne und beschwert sich über laute Geräusche beim Einschalten des Kühlschranks. Heide und Tom hingegen sind sehr zufrieden mit dem Produkt und geben jeweils Sterne. Heide lobt die Lieferung und den leisen Betrieb des Kühlschranks, während Tom die moderne Technik und Funktionen lobt. Günther Eggert gibt eine Sternebewertung und erwähnt einige Mängel bei der Lieferung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beko BPR Opener XBN Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination eine gute Wahl ist, wenn du auf der Suche nach einem geräumigen und effizienten Kühlschrank bist. Die Grazi-Zone und das Smoothie-Design sind besondere Highlights, die dieses Produkt von anderen auf dem Markt abheben. Obwohl es einige negative Bewertungen gibt, sind die meisten Nutzer mit dem Produkt zufrieden. Wenn du dieses Produkt über den Link in der Videobeschreibung kaufst, unterstützt du nicht nur meinen Kanal, sondern profitierst auch von den Vorteilen dieses Kühlschranks. Klicke jetzt auf den Link und sichere dir dieses großartige Produkt von Beko. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.